Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fans aufs Feld. Heute beschäftigen wir uns mit der Machtergreifung der NSDAP und ihren Eingriff in den deutschen Fußball. Nach 1933 erlebte der deutsche Fußball einen enormen Aufschwung. Neue Arenen wurden gebaut, die Finanzierung der Vereine wurde verstärkt und die sportliche Gesetzgebung war recht günstig. Zuvor war der deutsche Fußball in Niemandsland angesiedelt, höchstens Mittelmaß. In den Jahren 1931 und 1932 gab es für die Nationalmannschaft gerade einmal vier Siege in 13 Spielen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten startete eine Erfolgsserie, die mit dem dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 1934 einen ersten Höhepunkt fand. Dass es aber nicht dauerhaft so gut für die deutsche Nationalmannschaft lief, könnt ihr hier nachsehen. Aus dem Gefühl, dass es nach den Jahren ständiger Krisen und Angst nicht nur im Fußball, sondern auch im ganzen Land rasant aufwärts zu gehen schien, erwuchs bei nahezu allen Fußballspielern und Funktionären eine große Begeisterung für Adolf Hitler und das nationalsozialistische Regime. Aber die Machtübernahme 1933 bedeutete für den Fußball auch das Ende einer weitgehenden Unabhängigkeit von Politik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde auch der Bereich des Fußballs dem Führerprinzip untergeordnet. Das Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 ermöglichte es, die Verfassung der Weimarer Republik auszuhebeln. Mit diesem Gesetz war der Weg der Diktatur der Nazis frei. Auch das Sport war von den neuen Gesetzen betroffen. Das Innenministerium organisierte und plante von nun an Bewerber und deren Rahmenbedingungen. SA-Mitglied Hans von Ciammer und Osten wurde am 28.04.1933 zum Reichskommissar und Sportführer ernannt. Im Eiltempo ersetzte er von Ciammer und Osten die Landes- und Fachverbände durch 15 Fachämter. Da nur noch die Fachämter das Recht hatten, nationale Meisterschaftsbewerbe auszutragen, verlor der DFB damit faktisch sein Alleinstellungsmerkmal als oberste Vertretungsinstanz des deutschen Fußballs. Der DFB selbst durfte zwar vorerst weiter bestehen, doch die sieben Landesverbände wurden bereits ab dem Sommer 1933 aufgelöst. Bis zu seiner Auflösung 1940 existierte er eigentlich nur noch rein formell weiter. Hauptsächlich fungierte der DFB noch als Bindeglied zum Weltverband FIFA, um die ersten beiden WM-Teilnahmen 1934 und 1938 zu besprechen. Aber wesentliche Entscheidungen im deutschen Fußball hatte der DFB im Nazi-Deutschland nicht mehr zu treffen. Aber bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab es Streitigkeiten zwischen einigen Vereinen und dem DFB. Die Liga war bis dato eine Amateurliga und einige Vereine darunter, Eintracht Frankfurt und Bayern München, strebten einen Profibetrieb an. Die Vereine mussten oft hohe Summen an Spieler schwarz aus eigener Tasche ausbezahlen, da es keine andere Möglichkeit gab, sie sonst zu halten. Nach der Machtübernahme schaltete sich auch der Reichssportführer Hans von Ciammer und Osten in die Streitigkeiten ein. Er entschied sich gegen die Einführung des Profifußballs, um bei den Olympischen Spielen 1936 eine möglichst starke Mannschaft präsentieren zu können. Profisportler waren zu dieser Zeit bei Olympischen Spielen noch nicht startberechtigt. Auch nach Protesten hielten die neuen Machthaber an ihrer Idee des Amateurfußballs fest. Eine sicher geglaubte Goldmedaille bei den inszenierten Spielen in Berlin war ihnen wichtiger. Hat dir das Video gefallen, gerne einen Daumen hoch und ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.